Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Oh, das Tag der hellen Sonne. Ey, wir haben echt... Wir haben es echt nicht mit Timing, ne? So gar nicht. Ah krass, und die Dinger sind nochmal voll. Fast zumindest, die 30er nicht. Ist der ein Megaman-Remix in Dauerstattung? Ne, da war noch ein zweiter Song, oder? Egal. Der mal da, Hauptsache, das sind nochmal 200 Tau. Nice. Ach so. I see. So, Wasser. Nice, damit haben wir einfach über 100 Wasser. Das ist ziemlich fantastisch. Dann sind wir da, erstmal alle Sorgen los. Dann der mal da. Das Rezept fehlt uns, glaube ich, ne? Aber ganz ehrlich, der muss mal mehr... Langsam braucht der mehr Kapazität, auf jeden Fall. Magnesium-Chrom-Ofen-Kern. Aber gut, da kommen wir wahrscheinlich bald dann hin. Ähm, jetzt muss ich nur mal gucken, wie das hier mit dem Tag der hellen Sonne ist. Den würde ich ungern ausfallen lassen. Hauptsache, wir haben jetzt einfach... Drei Main-Quest und zwei Side-Quest-Marker. Cool. Weil wir ja sonst keine Sorgen haben. Weil heute nicht auch noch Tag der hellen Sonne ist. Däger. Okay, um neun Uhr. Das ist quasi gleich. Ja, dann gehen wir da einmal hin. Ah, Forschungszentrum hat den industriellen Verarbeiter fertig. Nice. Dann, Muddi schreibt... Alles Gute zum Tag der strahlenden Sonne. Ich weiß, es ist nicht so schön wie ein Geschenk des Himmels, aber... Wir müssen dir etwas geben. Es ist nicht schön, in den Ferien von dir getrennt zu sein, aber dafür haben wir unterschrieben. Was? Sei stark, Roswitha. Alle hier drücken dir die Daumen. Wir hoffen auf bessere Tage für uns alle. Elegante kleine Lampe. Okay. Und acht Harmbänder. Danke, Muddi. Ich kann dir nicht alles Gute wünschen, weil ich darf nicht antworten. Ähm... Gott, wir müssen Stuff wegsortieren. 17 Verteidigung. 16 Verteidigung. Aber das lässt sich noch aufwerten. Können wir aber auch noch nicht tragen. Ja, ja, ja. Ich muss nur einmal... den ganzen Shit wegsortieren. Literally. Haben wir das Hahnposevieh nicht schon... Ich hätte schwören können, wir haben das schon irgendwo hingetackert, aber okay. Ah, die Wüstenkämpferstiefel sind's vielleicht. Die sind nochmal eine Stufe höher. Gucken wir mal. Ähm... Dich können wir aufmachen. Dich platziere ich. Ja, und dann... Ah, ist das Matrosenhorn fertig? Das habe ich völlig vergessen. Schmeißen wir den Kollegen da nochmal rein. Und dann... Und dann... ab zum Marktplatz. Jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir in keine anderen Questgebiete rennen. Weil wir sonst wahrscheinlich den 9 Uhr-Timer verpassen. Was will denn Elsie von mir? Ich hätte sie jetzt nicht... Ich hätte sie jetzt nicht ansprechen sollen, oder? Wenn wir jetzt mit ihr eine Quest kriegen, muss ich die ablehnen. Oh, ein paar Tage und du bist schon gelangweilt? Hey, jetzt! Was hast du da so gesprochen? Trust me on this one. Ich habe schon etwas wirklich hartes Gedanken gemacht. Ranchwerk ist ein Duzi. Milch in der Yak-Mille? Jeden Tag hat man sie mit dem Milch in der Hand. Oh, dein Vater würde es bestimmt auch begrüßen. Stell Nachforschung an und beweise es ihm. Hey, that ain't a bad idea. Alright, I'm gonna go look for some information. See if I can dig up some research or something. I can shove in my pa's stupid face. Yeah, I really think this is it. Alright, I'll catch you later. Good talk. Okay, nice. Alles richtig gemacht. Ich traue mich nicht zu Avio zu gehen da hinten. Ehe ist irgendwie alles... Quest-mäßig vermint gerade. Bleib jetzt einfach genau hier stehen bis 9 Uhr und dann gucke ich, was passiert. Okay. Und du bist? Ich glaube, wir werden keine Geschenke schnappen. Also wenn wir Glück haben, steht die Tageszeit jetzt. Aber das wird alles... Es ist so, es ist weird. Ich erinnere mich. Der Bild-Board, richtig? Auf der Station Station. Du hast deine Hand den anderen Tag geöffnet, als ich gesagt habe, Sandrock zu verlassen. Ah, well... Sie wissen, du hast eine wirklich gute Offen. Und ich bin zu Sandrock für die Möglichkeiten. Speaking of which... Bitte, schau mal an diese Gift-Box. Sie sehen, es hat eine Hand-Pick-Selektion von Sandrock Specialties. Meine Freundschaft, Sand-Reis und Dried-Sand-Berry. Alle gute Gäste, außerhalb dieser Stadt. Aber natürlich! Das Highlight ist sicherlich diese eye-catching, darschige, schöne Gift-Box. Das wird Kunden von überall her bringen. Wenn du in den Städten investiert hast, können wir diese die größte Dinge seit... ...ja, seit ever! Sie sehen, Sie wollen mich investieren? In... ...a Gift-Box? Of course! A Gift-Box, ...as beautiful as this. People will glamour to buy it. The billboard I set up has been bringing in customers already. Why? People step off the train and the first thing they ask is... ...where's by the stairs? Okay. Is that it? Well... ...yeah. For now. If you invest, we'll be able to make better products all the time. And what do you think? I think it's a bit weak. I agree. First question. Do you know how many tourists come to Sandrock every year? Uh... Several... Thousand? I see a few people coming off the train every day. According to my team in Atara, Sandrock sees a yearly average of less than 200 tourists. Uh... So... You? Your current demographic consists of tourists and local residents. With your current volume of inventory, I would estimate that your net profits are probably around 1,000 golds per month. So, how much additional profit would your Gift-Box generate? Uh... Double? Optimistic, but fine. Let's say it doubles your income. Your monthly profits would be 2,000 golds. Let's take, for sake of argument, my previous investment into Highwind's general store. How much do you think that now makes? Uh... I couldn't guess. It now has an operational income of 100,000 golds per month. According to our contract, I receive 20,000 golds per month return on my investment. What? That's... Well, if that's all you have, then I think we're done here. Wait! Mr. Musa! I... I have more! How small of you? I'm listening. Uh... My billboard! Right! You saw it when you came in! That'll double my income again! No, it won't. Shut up! You don't understand. This marketing is just photos of you. What am I learning about the product? Where's the branding? Alright, we're done. One hundred thousand golds! I... That much money! Why... What... What am I doing wrong? Er hat recht, weißt du. Sorry. I need some time to think. Cool. Darf ich jetzt bitte Geschenke fangen? Das ist... Unfassbar. Oh. Dünner Faden. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Come on, drop something! Fünf Dünger. Okay. Sandausrüstung. Zehn Festival-Zeichen. Hier halt einfach alles grabben, ne? Äh... Ist halt total unnötig. Ich brauche das alles nicht. Wenn da jetzt nicht irgendwo 5000 Golds drin sind. Schleifsägen, okay. Davon haben wir ungefähr 100 Stück. Okay, ein paar Seeds. Oh, Datendisks. Okay. Ich nehme alles zurück. Die brauchen wir vielleicht doch. Feuerwerkskörper sind Trash. Ach, was ist denn das, wenn die in den Main-Quest-Marker reinlaufen? Ah, der ist glaube ich... Der ist im Blue Moon, oder? Teppich aus Tierfell, okay. Wolfszahn-Anhänger. Jack-Mill-Harm. Okay. War's das? Scheinbar nicht. An dem markierten Bereich, okay. Geil. Und dann gibt's den Mega-Drop, oder was? Ich glaube, hier drüben stehe ich viel besser. What the fuck? Das geht alles nach hier. Was soll'n' das? Sanddattelkuchen. Dünner Faden. Okay, und jetzt hier drüben? I don't get it. Warum haben wir jetzt auf einmal so viele Main-Quest-Marker? Wo kommt das auf einmal her? Hatten wir nicht eben gerade... Achso. Der ist immer noch nicht weg, okay. Ey, dieses Spiel manchmal, ne? Ja, wenige Stunden später. Kannst du vergessen, Burges. Obwohl die Feuerwerkskörpetze haben können. Wtf. Na, jetzt noch mal Festival-Abzeichen. Gürteltasche. Stahlbarren. Ey, ganz ehrlich. Ne, schau's drauf. Reicht mir jetzt auch. Ist genug jetzt. Ne, schau's drauf. Ja. Ha, 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 ha. 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 Just a little self-deprecating humor there. Okay. Und das war jetzt... Wow. Cool. Ist das Gedöns jetzt bald vorbei? Ah, letzte Welle vom Geschenken kommt. Okay. Geh weg, Pebbles. Cool. Davon haben wir einfach nichts bekommen, oder? Nochmal zum Festival-Abzeichen. Okay. Wtf. Scheißkind, Alter. Okay, ich schätze, das war's. Okay. Schön, dass wir das nochmal gemacht haben. Müssen wir jetzt von meiner Seite aus... Das Schnappening, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Ähm. Ja, von meiner Seite aus müssen wir das nächstes Jahr nicht nochmal machen. Ja gut, dann... ...wollte ich jetzt nochmal ein bisschen... ...und Sachen stark klar machen. ...und dann... ...äh, vielleicht wirklich mit Justice sprechen. Dann müssen wir das doch nicht auf morgen verschieben, das finde ich ja ganz neat. Okay. Ähm. Müssen wir noch Wasser herstellen? Ich glaube, ne? Wasser. Oder haben wir schon... Haben wir schon? Okay. Ich dachte, wir hätten heute morgen noch nicht. Aber gut, dann haben wir das. Was sagt das Board? Okay. Das können wir jetzt tatsächlich mal machen. Aber eigentlich sehe ich das grad nicht. Nee. Nee. Einfach mal nee. Heute. Einfach mal nicht. Skillpunkt für Sammeln vermutlich? Nee, für Werkstatt. Schon wieder? Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Inspektionszeit ist und warum sie um 20 Sekunden verlängert werden sollte. Und warum ich einen Versuch mehr haben möchte. Aber ich level das jetzt. Und dann würde ich, glaube ich, habe ich meinen Anzug dabei. Oh Gott, ich habe tausend Sachen dabei. Sekunde. Okay. Das Platz. Ja, okay. Verkaufen. Verkaufen. Maybe upgraden. Verkaufen. Können wir auch verkaufen. Das Hundefutter packe ich auch erstmal wieder weg. Okay. Da war jetzt noch ein Mikrochip drin. Den können wir wahrscheinlich nochmal da rüber packen. Das Ding schmeiße ich jetzt einfach weg. Genau so den Scheiß. Okay. Okay. So. Dann aber. Knapp 400 Meter in die Richtung. Material, den haben wir alle, ne? Sonst müssten wir wahrscheinlich nicht mit Justice sprechen. Können wir das kaputt reiten? Nein. Laufen wir einfach drüber. Okay. Schade. Ja, der steht weiter vorne als gedacht. Ah, der steht tatsächlich nirgendwo. Schade. 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 Danke. Die sind ziemlich weit weg, Sheriff. Ich glaube, wir müssen sie wirklich jetzt wirklich tragen. Es ist heiß. Schade, Freundin. Wisst ihr, wie ich so lange zu so lange konzentrieren kann? Verhaltlich unter Druck. Oder in der, die W-Könne positiven Attizie? Vielleicht auch immer den Weckern? Ich weiß. Ja. Ich sage nicht. Wichtig. Mit tunedzen. Okay, das gab schon eine Menge Erfahrung und Wende, Beziehungspunkte und Ruf. Okay. Gut, klatschen wir also ein paar Ehen. Ich laufe euch mal hinterher, ne? Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich auch meinen Anzug anlegen würde. Danke. Okay, here we go. Make sure all your suits are on top. Find the source of the goo and stop it. What a view. From afar, I thought these pillars were rocks. There's always been some pollutants in this canyon from years of reckless salvaging, so we rarely venture down here now. But you know, this canyon is completely man-made. They just dug and dug into all that's left with these old world husks. Oh, that's... The power of man is both awe-inspiring and terrifying. Getting philosophical? I can't wrap my head around how the buildings of the old world were built sturdy enough to withstand both the day of calamity and the passing of time. Then, hundreds of years later, people go looking for these old buildings and created this canyon. Yeah. But then I think about how I stack rocks and it all makes sense. Ah ja, klar. It does? It just takes time and patience. Danke für dieses Gespräch bei Gas. Bitte trage einen Schutzanzug. Danke für diese Info, während ich bereits einen Schutzanzug trage. Danke. Boom. Lass uns mal gleich die Augen offen halten nach Aluminiumschrott. Wenn wir hier schon durchsprinten. Das wäre, denke ich, sinnvoll. Davon liegt noch was. Das sind neue Gegner. Die käme ich, glaube ich, noch nicht. Wie unpassend möchtest du eine Stimme für ein Monster machen? Ja. Halt! Wer geht da? Hier. What? Ah. Ah. Okay, plötzlich passt die Stimme auch. Aber was zum Fick ist das, Alter? Die hat im Englischen gar nicht diesen Sprachfehler. Nicht so krass auf jeden Fall. Ich meine, Prin Pfeffin, die lispelt jetzt nicht so hart. Also ein bisschen, aber... Miep, miep. Die fumes von den Gasleaks machen die Dizzy. Ja. Careth not. Die destroyeth them. Wir kommen. Peace? Ja, nein, wir gehen. We came to kickass and chew bubblegum and we're all all the gum. Die haben Krallen bekommen. Voll gut. Ich komme nicht darauf klar, was das für Monster-Design ist. Es ist halt so random. Es ist halt so eine Mischung aus... Herzkönigin aus... aus Alice. Und... aber auch... Ich... I don't know. Es ist super weird. Hm. So wait. These rat folks were the ones causing the leaks? What in the... Sir. It seems we stumbled into some sort of mutant rodent political conflict. Uh, okay. Let's just keep our eyes on the prize. Plug up the pipe. We'll think about how to keep the rodents out later. Alright. We got your back. Roll out. Well, well. Here we are. Obviously. Be careful. Ja, ich bin vorsichtig. Beim Aluminium-Schrott abbauen. Der Rest kann warten. Ich weiß, ihr nehmt gerade Schaden, weil ihr da in irgendeiner Grutze steht, aber... Ist nicht mein Problem. Nice one, Builder. Good job. That's one. But it looks like there might be more than one leak. Let's look around. Okay. Let's take a look around. Und... Oh, ich sehe Kisten auf der Minimap. Ja, da müssen wir wahrscheinlich erst eine Leiter bauen. Ah, ja, ja, ich erinnere mich, da waren wir schon mal. Und wir brauchten eine Leiter und eine Schalttafel, glaube ich. Das Rat-Lady war die Queen der Bandarats. Sie sind bekanntlich für stehende Miner Objekte von Sentimental-Value. Meine Rocks könnten sie in danger sein. Bandarats? Wo hast du etwas so gehört? Well, in efforts zu halten mit Captain Stellar-Rekord von Mouse-Catching, ich habe versucht, ein bisschen Forschung auf Mice, Mises und andere Mouse-Related Kreaturen. Ich sehe. Ich glaube, ich glaube, niemand eigentlich erwartet dich, zu fangen, Mice, Pal. It really is more of a cat thing. It's kind of the main reason we hide them in the first place. You said it yourself, sir. A true Civil Corps hero knows every one of our duties inside and out. And can... Hmm. Yeah. Da hoch, ja. Okay. Da oben ist aber auch eine Kiste. Ah, guck mal, da sind wir letztes Mal... Da hatten wir keine Zeit mehr, um hier in Ruhe hochzukommen, ne? Wir haben diese elegante Treppe übersehen. Wow, 50 Gold. Toll. Ja, dann halt keine Milkshakes. Dann halt einen guten Whisky-Sprite nach Feierabend. Hier sind Kisten. Okay, die könnte unter uns sein. Hm? Okay. Zehn Wasser. Nice. Wo ist die andere? Hm. Natürlich passe ich da nicht durch. Vollkommen klar. Sag mal. Die muss doch hier... Ist die doch auf dem Dach? Sah nicht so aus, als wäre da was, aber... Nein. Okay, wir gucken eigentlich... Ah, warte mal, die wird da oben sein. Komme ich da jetzt hin? Most likely not. Am I right? Maybe. Warum ist nicht das Zeppelin... What? Warum fliegt mir das Zeppelin vom Tag der... Okay, schau es dafür und das nächste Mal. Es wird spät. Ich bin da gerade runtergefallen. Ich habe keinen Bock, da nochmal hochzulaufen. Ich muss hier mal gucken, ob hier noch irgendwo Aluminiumschrott liegt. Kann ich die Dinger eigentlich angreifen? Nein. Ja. Okay. Alter, Anschluss ist echt auch so ein bisschen Kylo South Park. Uh, ja, das. Aber auch, die Luft ist noch so dick. Auch durch das Wasser. Aber wir haben alle die Leaks. Was gibt? Vielleicht können wir fragen, den Mann. Woa! Wee... 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 Wenigstens ruft er nicht Timme, ey. Ja, das war ganz schön knapp. Wie gut, dass wir alle Monster besiegt haben. Mission accomplished, Sir? Die Magie, die schon immer in dir steckt, ey. In die Flasche, Mann. Wer hat das denn jetzt alles gerufen? Also ja, da standen random Entwickler in dem Studio und haben da, oder, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jetzt stehen viel zu wenig Leute dafür und die Stimmen sind anders. Ich würde gerne noch ein bisschen erkunden. Oh yeah, sure. Vor allem, wo ist der Gegner hin, der hier die ganze Zeit rumgepilzt ist? Oh, da vorne. So, gehen wir mal los. Hier hängt noch ein Zettel an der Wand. Ah, okay, den kennen wir tatsächlich. Ähm, ich würde aber nochmal gucken, ob hier noch irgendwo Aluminium-Gedöns gespawnt ist. Außerdem haben wir nur Ausdauer. Wir können locker noch ein bisschen Granit mitnehmen. Also. Und dann fliegen wir einfach mit dem Zeppeli nach Hause. Grumpfi ist nicht gut, für deine Vorderhufe so zu stehen. Stumpfi meine ich nicht, Grumpfi. Egal, du machst das schon. Ich glaube, hier ist tatsächlich nicht mehr so viel. Waren wir hier? Scheiße, wir sind zumindest keine Kisten. Also hier waren wir heute noch nicht. Aber so grundlegend, glaube ich, haben wir hier schon mal. Na, da ist noch irgendwo eine Kiste. Ah, das ist die wieder. Ah, 23 Uhr wird vielleicht auch ein bisschen knapp. Übertreiben wir es einfach mal nicht. Was ist das da? Nichts. Cool. Das hat sich gelohnt. Ja gut, dann gehen wir vielleicht einfach. Ja. Let's go. Stumpfi parkt erstmal im Kaktus. Wie man das halt so macht. Handschuhe geht hier hin klatschen wie man das halt so macht Ja, okay, zu Chi kommen wir jetzt wohl um 08 nicht mehr Ich glaube, das müssen wir morgen früh machen Ich werde das Weizenzeug auch einfach nicht los Oh Gott, das ist auch noch reif Aber warum denn? Die ist noch nicht reif, okay Aber hab Hab ich die nicht alle gleichzeitig gepflanzt? Vielleicht nicht Alright Dann gehst du mal bitte in den Stall Dann sammeln wir nochmal kurz ein bisschen Zeug ein So, willst du noch irgendwas nützliches machen? Dann müssen wir zehn Bronzestangen Dann halt noch ein bisschen Manganstahl Alter, wie viel Manganerz, krass Okay Ja nun So weit, so gut Wassertank ist noch happy Der Kollege hinten auch Ja, wir gehen pennen, oder? Was soll's denn? Ich würde die Klamotten noch kurz ändern Das wäre vielleicht ganz sinnvoll Zack Und zack Und zack Und Oh, eine Sache, die wir noch kurz ausprobieren könnten Gucken, ob wir die Booty's abwerten Abwerten Aufwerten können, wollte ich sagen Und zwar Diese hier Die sind teuer Sieben Prozent weniger Schaden, wenn du nicht gebrochen bist Ey, fühlst du dich etwa erbrochen? Ja, nice Okay Damit haben die tatsächlich bessere Stats, oder? Ja, die haben genau die gleichen Stats Ähm Ja, nee Dann behalte ich total den durchbrechenden Widerstand Und das Damage Reflect Aber Absolut Und jetzt ist der ganze Shit noch fertig Ist das euer Ernst? Okay Ja, zumindest müssen wir unseren Pilze keine Sorgen mehr machen Ich pflanze jetzt nichts mehr an Mache jetzt noch Den hier Grüni O2 sogar Na dann Ähm Interagieren Untersuchen Okay Wir haben Stumpfi gebleicht Naja Passiert Oh wow Äh, mir fällt gerade was auf Viel besser Und Zeit fürs Bett Vielen Dank fürs Zugucken Angenehmen Tag noch Und bis zur nächsten Folge Wo wir dann dem Grünzeug vielleicht mal Oh, der geheimnisvolle Mann ist da Wir können endlich die scheiß Nudelquest abgeben Fucking finally Und mit der Mainquest kommen wir auch weiter Die nächste Folge wird großartig I am gonna be so happy Vielen Dank fürs Zugucken Angenehmen Tag noch Und bis zur nächsten Folge Macht's gut Haut rein Und tschüss 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 Versucht